scheiß wolf du bist der bisher anstrengendste komm mal her können wir fragen es nur ob es mehr schaden verursacht oder weniger ach das fisch lebt ja immer noch hast keine hobbies ich glaube das fisch hat echt keine hobbies ja tot triumphiert okay das hier ist so verschachtelt das ist schrecklich hier ist irgendwas kaputt oh mein gott was ist da wohl drin those holes in my mind are increasingly gaping you cannot breach the inner sanctum of the place of storing it the entryway is blocked so what if the squashy material between my ears is squashier than most i may not be perfect like a hanging picture but my words are wise and backed up by time a pox a pox on both your brain cells try as i may you must think that i deceive you with my admittingly cunning ways as far as my eye is seen our rocky grave extends and yet you cast away my help like you would a puppy freshly ruled in its own feces i hope that your warped sense of morality is better company than i because now it is all you have left what i'm sorry i'm sorry sometimes my emotions are like a disobedient pet uncontrollable and often rolling in shit better safe than sorry they say, but i think we are both sorrier than we are safe ein Tunnel liegt zwischen einem nahe geringen Wälder und einem Ort, wo Dinge sind. Geh die zweite Seite von der dritten Tür, und du findest, was du suchst. Ich glaube, ich kann mich an diese Stelle aus dem Trailer erinnern, hier war ein Fight gegen diese Spinnen. Sorry, ich erkunde erstmal den Rest der Mino, ob wir da noch irgendwas finden, ich hab... Scheißschiss vor Spinnen! Ich hab Anarchophobie. Wir gehen da noch rein, aber bitte erst, wenn ich den ganzen Rest hier mal erkundet habe. Vielleicht finden wir noch was, ich hoffe es, weil wir haben noch nicht alles durchgesehen. Vielleicht gibt da ja auch irgendwo irgendwas drin. Nö. Oh nein, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt... Spinnen, nein, wieso spinnen? Wieso spinnen? Das macht der doch nur wegen meiner Spinnenphobie. Da lieber 10 Wölfe. Wo wir grad von Wölfen reden. Der patrouilliert hier, der kommt in die Richtung. Oder? Kommt da. Komm ran. Ja, bringt dir voll viel. Da hinten ist auch... Da hinten ist auch... Wenn uns der Wolf angreift, springen wir auf das Teil. Hey! Siehst du uns? Boah! Ich kriege jetzt gleich seine Psyche steil anfällig. Komm! Du hast keine Chance gegen uns. So. Oh! Der hat die Box verschoben. Komm her! Was macht der da mit der Box? Was? Er ist intelligent! Er verschiebt eine Box und muss... Uah! Scheiße! Das Viech ist tatsächlich intelligent. Das Viech ist intelligent genug, um eine Box zu verschieben. Fuck! Ja! Ist doch keine Chance hier. Verschiebt das Viech einfach mal so meine Schutzbox. Scheiß Vieh! So. Batterie sparen. Ja, okay. Brauchen wir nicht. Okay. Kommen wir nicht hoch. Kommen wir aber gleich hoch. Hier ist doch was. Oder? Nö. Ach, vielleicht sollte man von hier oben aus gegen den Wolf kämpfen. Au! Okay, gut. Okay, wir kommen hier also nicht durch. Tool-Shield. Komm, geh auf! So. Auf ein weiteres. Teil-Dingens gar nix. Tool-Shield. Puh. Puh. Hoffentlich kündigt sich der nächste Wolf wieder durch Knurren an. Hab keinen Bock dem Scheiß Vieh in die Arme zu laufen. Okay. Tool-Shield. Tool-Shield. Ähm. Ähm. Irgendwas, was wichtig sein könnte. Irgendwas, was wichtig sein könnte. Nein. Also, hier, wer es lesen möchte. Einfach Video anhalten und dann können wir das ja lesen. Okay. Ähm. Flair. Batterien. Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Das ist Dynamit. Müssen wir wohl tricksen, um da ranzukommen. Lol. Wegen der scheiß Lampe konnte ich nicht springen, oder was? Dynamit. Hammer genial. Die Säge. Können wir die uns irgendwie ausrüsten? Nein. Wir können damit nur Sachen zerschneiden. Äh. Okay. Was heißt nur? Das ist ziemlich nice. Aber als Waffe können wir die nicht verwenden. Wäre auch ziemlich unlogisch. Wir könnten die Hunde vielleicht auseinandernehmen. Aber erst wenn sie tot sind. Außerdem wäre das ziemlich ekelhaft. Hm. Jetzt können wir eigentlich noch zum Storage. Und danach müssen wir eigentlich in diesen scheiß, äh, Spinnenschacht da runter. So. Hier war der Schacht und hier ist Storage. Storage. Okay. Storage. Hier. Oh nein. Das heißt, wir dürfen zu den Spinnen runter, sagt er. Gut. Ich, äh, speicher nur noch mal zwischen. Das ist ganz normal, jetzt einfach mal so zwischen zu speichern. Wenn man jetzt Angst hat hier, äh, dass das Spiel plötzlich zum Beispiel abstürzt, dann, äh, muss man auch unbedingt ganz schnell mal, äh, boah, ich hab grad gedacht, der wär noch, äh, alive und so. Sind wir wieder hier. Sind im Kreis gelaufen. Sind im Kreis gelaufen. Äh, wo geht's denn raus? Wo ging's denn zum Speicherteil? Vielleicht hier lang? Nein, hier, hier ist nur das Evocation Teil. Mal. Ich hätt' gern jetzt noch mal ne Karte. Vielleicht da, dann hier so. Dann hier so. Ah, ja, genau, hier. Uff, okay. Da müssen wir also hin, wir waren jetzt im Toolship. Haben wir überall drin. Okay. Wir laufen zum Speichern. Nur zum Speichern. So. Haben wir gespeichert. Ich danke fürs Zuschauen. Und ich tue mir die Spinnen erstmal in der nächsten Aufnahme an. Wird nicht allzu lang dauern. Äh, und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.